Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Rear, Special Brands, Helikon Text, Rican Company, Horner Arms, 1MOA, MD Textile, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Wir haben uns hier in einem Schießstand getroffen, haben uns vorher natürlich abgesprochen und verabredet, Rosi Hermann Rosenberg, wer ihn nicht kennt, wir erzählen gleich noch was zu ihm und wollten für euch eine Serie zusammenstellen, in dem wir euch einmal ein typisches Schießtraining, Kurzwaffe, Langwaffe inklusive aller Besonderheiten, Extras, Basics und Advanced Techniques beibringen, zeigen, vermitteln und deswegen haben wir gesagt, wir legen damit mal los. Rosi, magst du erstmal ein bisschen was zu dir selbst erzählen, für alle, die dich nicht kennen? Ja, mein Name ist Hermann Rosenberg, Rosi, bin 60 Jahre jung, 82 zur Armee, Jagdschein 86, dann bei der Armee zunächst Jäger, falsche, äh ne Quatsch, erstmal Panzerinnadier, dann bin ich falschen Jäger geworden, 96 zum Kommando Spezialkräfte, 2007, dann gewechselt zurück nach Norddeutschland, ich bin Hamburger, nach Seedorf, war dort im Schwerpunkt Schießausbilder, seit sechs Jahren pensioniert, habe jetzt meine eigene Firma, trainiere weiter noch vor allen Dingen Spezialeinheiten. Nicht nur in Deutschland, wohlgemerkt. Ja, genau, Europa und, äh, ja, verheiratet mit einem, äh, mit einer Frau, muss man glaube ich heute erwähnen, und, äh, und, äh, ich habe einen Sohn, der war zwölf Jahre Soldat, ist jetzt, äh, allerdings im Studium, naja, und noch ein Deutsch-Strata. Cool, ja, also, wie ihr seht, Rosi ist rumgekommen, ähm, ich durfte, bin auch schon in den Genuss gekommen, einen Kurs bei ihm zu besuchen, also, der Mann weiß, wovon er spricht, sollte man auch erwarten bei der, bei der Vita, ne? Ähm, ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen für euch einmal diese Geschichte, und ihr könnt in jedem Video, äh, Fragen stellen, in den Kommentaren, wir werden am Ende der kompletten Serie dann einmal die ganzen Fragen zusammenfassen und dann auch gemeinsam beantworten, dass ihr auch bestmöglich versorgt werdet. Ähm, es wird, denke ich, von allem was dabei sein, für alle was dabei sein, wir behandeln das, nicht jetzt explizit das Thema taktisches Schießen, auch nicht speziell das Thema sportliches Schießen oder die Jagd, es findet sich von allem etwas in den Bereichen oder in den Videos im Inhalt, aber wir werden da nicht immer explizit drauf hinweisen. Also, ihr werdet das auf jeden Fall sehen, ihr könnt auch gucken, welche Parts ihr für eure spezifische Anwendung adaptieren könnt, sprich gerade Ladetätigkeiten oder sowas, das wäre zum Beispiel was, was man, denke ich, überall gut gebrauchen kann, auch wenn man jetzt vielleicht, wenn man sportlich nur 25 Meter Präzision schießt, jetzt nicht unbedingt ein schnelles Nachladen muss, aber ein sicheres Handling ist nie verkehrt, von daher, ähm, denke ich, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf werfen. Ja, du hast es gerade angesprochen, äh, wenn wir jetzt hier unsere Videos machen, das ist natürlich nicht ergiebig, das ersetzt überhaupt kein Training, sondern es ist eine Ergänzung und mehr, äh, kann man da auch gar nichts zu sagen. Ich bin jetzt ein bisschen arrogant, sag, alles, was ich sage, ist richtig, aber, äh, neben mein richtig, gibt das noch unheimlich viel andere richtig. Das tut zwar weh als Ausbilder, das sagen zu müssen, aber es ist so. Ne. Na, also nur, weil ich das so sage, heißt das nicht, wenn ihr jetzt was anders trainiert habt bisher, dass das automatisch falsch ist. Es gibt aber falsch. Zum Beispiel, wenn wir gegen Sicherheitsregeln verstoßen, dann ist das eindeutig falsch. Und ich bin mir sicher, dass jetzt, äh, in Zukunft bei den Videos mir das eine oder andere Mal ein taktischer Begriff rausrutscht, da möchte ich mich auch viel entschuldigen, aber das ist halt mein Hauptjob, dass ich halt, äh, militärisch und polizeilich unterwegs bin, ähm, bitte nachsehen. Das ist dann halt so, wenn ich in meinem Ausbilder, positiven Ausbilderstress bin, werde das mir mit Sicherheit rausrutschen. Ähm, hier bei den Videos wollen wir jetzt keine Polizei und kein Militär ausbilden, sondern ich möchte euch die Chance geben, mal so reinzuriechen, wie man professionelles Training, äh, durchführen kann und auch die Handhabung dazu. Der Amerikaner würde jetzt sagen, open-minded, also einfach angucken, schauen, was passt für mich, was kann ich vielleicht in meiner eigenen Ausbildung adaptieren oder für Leute, die jetzt komplett neu anfangen, schon mal, dass die reinriechen können. Wie gesagt, wie hat Rosi gerade richtig gesagt, diese Serie ersetzt kein Training, keine Ausbildung, soll unterstützen, vielleicht vorbereiten im Sinne von, was kann ich schon, äh, vorab mal trainieren, Trockentraining als, als Beispiel wird auch ein Punkt sein in dieser Serie, was kann ich machen, bevor ich einen Kurs besuche und dann natürlich tatsächlich Kurse besuchen, weiterbilden, ausbilden und immer die Sicherheit an erster Stelle. Und das ist auch jetzt unser nächster Punkt. Ja, aber lass mich ganz kurz nochmal da einfließen, wenn wir zum Beispiel jetzt über Handhabung sprechen, da werden wir ganz, ganz viel, das macht man halt dienstlich so, von der Arbeitshöhe sprechen. Ja. Ja, es gibt Schießstände, wo das ausdrücklich verboten ist, da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, äh, das, was ihr jetzt hier hört, müsst ihr jetzt tatsächlich auch auf die Schießstandordnung so ein bisschen adaptieren, na, für einige ist das, äh, das gefährlichste auf der Welt, wenn die Mündung nach oben zeigt, für andere sagt, auf jeden Fall, das ist halt dann, äh, euer Auftrag, euch zu überlegen, was braucht ihr, wenn, und was dürft ihr auf keinen Fall machen, nicht, dass ihr jetzt auf der Schießbahn dort Ärger kriegt, sagt, ja, das ist, der hat gesagt, das ist richtig, das stimmt auch, aber nicht unbedingt für jede Örtlichkeit. Exakt, exakt. Gut. Gut. Und zu den Sicherheitsregeln? Wollen wir zu den Sicherheitsregeln. Okay. Also es gibt die vier grundsätzigen Sicherheitsregeln, Sicherheitsregel 1, Sicherheitsregel 2, 3, 4, diese vier, die sind nicht nur gedacht für den scharfen Schuss, die sind auch fürs Trockentraining, ähm, für die Jagd, äh, eigentlich für alles. Sicherheitsregel 1 ist, jede Waffe ist als geladen zu betrachten, es sei denn, ihr habt euch persönlich davon überzeugt, das ist, äh, als Beispiel jetzt bei dieser Waffe, der Check 1, Check 1, ich schaue ins Patronenlager, und Check 2 ist, ich schaue von oben in den Magazinschacht. Menschen machen Fehler, einige Fehler können wir uns erlauben, einige können wir uns nicht erlauben. Wenn ich jetzt vergessen habe, das gefüllte Magazin rauszunehmen, dann können wir uns das erlauben. Dann, ich stelle fest, beim Blick in den Magazinschacht, da ist noch Munition, das ist verkehrt, also nehme ich das Magazin raus, check nochmal, alles ist gut, ist also ein Fehler, den können wir uns erlauben. Was wir uns nicht erlauben können, ist, Check 1, schließen und dann außerdem Kollegen erschießen. Das ist ein Fehler, den wir uns nicht erlauben können. Nein, definitiv. Und man muss sich halt überlegen, wann wird denn aus Versehen einer erschossen? Der wird ja erschossen mit einer vermeintlich entladenen Waffe. Das heißt, er war nicht sicher, er hat nicht geprüft, ob wirklich Sicherheit ist. Deswegen macht es halt Sinn, lieber einmal mehr zu kontrollieren, als einmal zu wenig. Was wir auch häufig sehen, oder was ich häufig sehe auf den Schießständen ist, als Beispiel, es hat jemand seine Pistole und du sagst, ey, ich will die mal sehen. Ich mache jetzt für mich schon meinen Check. Das heißt, ich bereite sie vor und ich habe die jetzt für mich gecheckt und ich übergebe sie dir jetzt. Aber dass man dann trotzdem, auch wenn man gerade dabei war und gesehen hat, wie der gecheckt hat, selber für sich das adaptiert, einfach nochmal selber überprüft und schaut, dass das wirklich immer entsprechend im Kopf drin bleibt, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Das wird auch ein Thema sein, was wir häufig ansprechen werden. Das Muskelgedächtnis und Wiederholung und da fällt das auf jeden Fall auch drunter. Also egal, auch wenn ihr gesehen habt, seid da nicht flachsig. Das ist das Allerwichtigste. Diese vier Regeln immer beachten. Und sehr vorbildlich von dir, du hast gleich die Sicherheitsregel 2 eingehalten bei der Waffenübergabe. Du hast mir die Waffe so übergeben, dass die Mündung hier auf dem Boden zeigt, nicht auf dein oder mein Bauch, auf dein Bein oder mein Bein. Sicherheitsregel 2 ist die sogenannte Laserregel. Das heißt, die Waffe wird nicht auf etwas richten, was sie nicht auch zerstören dürfen oder können. Wenn wir uns die Wände anschauen, da sollen wir natürlich nicht reinschießen. Aber die sind halt dafür gebaut, wenn da Missgeschick ist. Das heißt, wir können ohne Probleme, wenn ich jetzt außen stehe, die Pistole ziehen. Beispiel, wenn ich jetzt hier bin, ist das völlig okay mit der Sicherheitsregel 2. Ich könnte, ich mache es nicht so, aber ich könnte mich so umdrehen. Jetzt bin ich vor dir, nehme die Waffe runter. Das ist ein unsicherer Bereich. Dann nehme ich die Waffe wieder runter und ich kann das Gleiche auch machen linksrum. Ob ich es taktisch brauche oder nicht, habe ich es schon wieder taktisch. Ob ich es jetzt brauche oder nicht, ist jetzt unwichtig. Wichtig ist halt, ich halte die Sicherheitsregel 2 ein. Exakt. Und da, wo du es gerade sagst, das ist auch ein Fehler, den man selber Sicherheit schon häufig auf einem Schießstand mal beobachtet hat. Gerade wenn jetzt Neulinge schießen, das erste Mal, da ist man ein bisschen aufgeregt, Adrenalin, die Standaufsicht steht zwar nebendran. Aber was ist das Typische, was passiert typischerweise? Mach es einmal vor. Du schießt und dann drehst du dich zu mir. Ja, ungern. Ja, ich weiß. Aber damit können wir es machen. Ich weiß. Könnte es sein, dass mir der Arm abfällt, aber ich versuche es mal. Ja. Also typische Situation, der Trainer steht hier, der erste Schütze. Oh, guck mal, die schießt echt toll. Genau. Also das hat man schon so oft gesehen und das passiert wirklich, also das passiert, das passiert einfach. Ja. Stimmst mir zu. Ja. Ja. Da bitte auch drauf achten. Und gerade auch, wenn ihr irgendwie mit einem, wenn ihr selber der Sportschütze seid oder was sag ich, und ihr nehmt einen Kollegen mit, der das erste Mal schießt, achtet da drauf. Das heißt, in dem Moment, wo der seinen Schuss gesetzt hat, bereitet euch schon mental drauf vor, dass er sich vielleicht umdrehen wird. Also auch da immer proaktiv ein bisschen mitschauen. Ja, das ist auch der große Nachteil. Wenn ich ins Training gehe, braucht man eine Vorbereitungszeit. Das Mindeste ist halt mental. Das heißt, viele gehen dann einfach auf den Schießstand. Ich will auch mal schießen und da passieren dann auch viele Fehler und Fehler, muss ja nicht immer was passieren, aber es ist natürlich ein ausgesprochener Fehler. Schusswaffen sind grundsätzlich völlig ungefährlich. Gefährlich ist der Mensch dahinter. Und das muss dann auch uns mal gewahr werden. Überlegt euch, was ihr tut. Wenn ihr euch überlegt, was ihr tut, kann eigentlich nichts passieren. Finger weg vom Abzug. Das ist schon die Sicherheitsregel drei. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Ziele beschieße, dann habe ich meine Pistole. Ich bin noch gar nicht auf dem Ziel. Dann ist der Finger gestreckt. Schieße leere ich, damit man es besser sehen kann. Ich gehe hier aus deiner Linie aus. Ja gut, da kann nicht so viel passieren. Es ist leider nicht, ich brenne da mit dem Laser noch rein. Ich bin auf dem Ziel, auf meinen Haltepunkt. Dann kann ich abkrümmen. Wenn ich die Waffe wieder einziehe, natürlich ist der Finger gestreckt. Wenn ich manipuliere, ist der Finger gestreckt. Der hat nichts am Abzug zu tun. Das ist auch kein gestreckter Finger. Das ist ein gestreckter Finger, aber das ist damit nicht gemeint. Der Finger gehört wirklich weg vom Abzug, weg vom Abzugsbügel, so weit wie es möglich ist. Man kann auch stolpern. Man kann auch, wenn ich jetzt den Finger hier halte, im Reflex an den Abzug kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer, wenn ich schon auf dem Schlitten bin. Deswegen Finger weg vom Abzug. Sicherheitsregel drei. Es sei denn, ihr seid auf dem Ziel. Perfekt. Bleibt noch einer. Wir beide haben jetzt hier drei Ziele. Das ist völlig okay. Aber eins ist auch klar, Sicherheitsregel vier ist, sei dir deines Zieles sicher. Das heißt, wenn du jetzt von mir Tage Nummer eins kriegst, zwei oder drei, dann sind die anderen beiden Non-Shooter oder Unbeteiligte, wie auch immer. Das muss für dich klar sein, sei dir deines Zieles sicher. Und wenn wir beim Training jetzt irgendwann, du kriegst von mir eine Zielscheibe genannt und du hast es nicht verstanden, war ich Nuschel oder irgendwas, dann frag einfach nach. Du musst zu 100% sicher sein, was ist dein Ziel. Und das reicht aber nicht. Und du musst wissen, was ist davor und was dahinter. Wenn wir so einen typischen Sportschützenstand nehmen, da sind so Tische und dann sind da welche und legen die Waffe rauf. Da muss man sich auch immer wieder sagen, sind wir dann 100% sicher, dass da nicht hinten der Elektriker dahinter an der Leitung noch rumarbeitet. Das ist nicht undenkbar, dass irgendwas passiert. Ich war im Ausland auf einen Skistand, da war auch so eine seitliche Tür. Wir sind beim Training und dann ein Trottel macht die Tür auf und guckt in unsere Mündung und fragt ihr, seid ihr am Schießen? Wir waren natürlich am Schießen. Es ist nichts passiert, weil wenn bei mir sowas ist beim Training, da wird dann gerufen Stopfen. Stopfen ist das militärische Ausdruck für Feuer einstellen. Und jeder meiner Schützen hat auch das Recht, Stopfen zu rufen, also Feuer einzustellen. Beispielsweise, wenn so ein Missgeschick passiert. Kann man sich auch hier vorstellen. Da unten könnte jetzt irgendein Handwerker noch am Rumarbeiten sein. Ich will nur mal ganz kurz meine Waffe überprüfen und dann kommt er da hoch. Also sei dir deines Zieles sicher und was davor und dahinter ist. Es gibt leider auch Beispiele, wo Ausbilder hinter der Zielscheibe sind und getroffen werden. Ich habe selber einen Kameraden verloren, einen sehr guten Kameraden. Der war hinter der Scheibe. Und natürlich ist das nicht ein Missgeschick. Es ist immer so eine Anreihung. Aber wir wissen jetzt gar nicht, wo wir gerade sind. Vielleicht sind wir schon in der vierten Position der Anreihung von Missgeschicken. Und das ist dann vielleicht der Tod oder die Verletzung eines Kollegen, Kameraden oder Freund. Sicherheitsregel 4. Sei dir dein Zieles sicher und was davor und dahinter ist. Exakt. Die vier grundlegenden Sicherheitsregeln. Sicherheitsregel 1. Sei dir deines Ladezustands an der Pistole oder an der Langwaffe sicher. Sicherheitsregel Nummer 2. Die sogenannte Laserregel. Die Waffe wird nur auf etwas gerichtet, was ich auch zerstören darf oder muss. Sicherheitsregel Nummer 3. Der Finger berührt den Abzug erst, wenn wir auf dem Ziel sind. Und Sicherheitsregel Nummer 4. Sei dir dein Zieles sicher und was davor und dahinter ist. Diese Regeln immer beachten. Wir werden sie nicht explizit in jedem Video erwähnen. Deswegen haben wir sie hier gleich ins Allererste mit reingepackt. Wir schreiben es nochmal in den Disclaimer mit rein. Für jedes Video, nur dass ihr Bescheid wisst. Wir achten diese Regeln auf jeden Fall. Rosi geachtet da mit Argus-Augen drauf auf jeden Fall. Und wir werden dann in den nächsten Videos euch erstmal ein paar allgemeine Überblick-Videos bieten. Wie zum Beispiel die Ausrüstung, das Mindset. Alles, was man so noch im Vorbereitenden hat. Und dann kommen die Pistol-Rifle-Videos. Und dann kommen noch so ein paar Spezial-Videos. Ich denke, das wird eine sehr, sehr coole Serie. Rosi, du wolltest noch was sagen? Ja, eine kleine Ergänzung noch. Schießen darf Spaß machen. Da bin ich voll von überzeugt. Ich spreche auch für das Militär und für die Polizei. Also nicht nur Sportschützen dürfen Spaß am Schießen haben. Auch Jäger dürfen das. Aber es wird mit der Schusswaffe in der Hand kein Quatsch gemacht. Und das ist halt der Unterschied. Es gibt die Ruhephase. Bei mir ist es die aktive Pause. Also aufmunitionieren. Und dann gibt es die Phase, wo ich mit der Schusswaffe hier vorne arbeite. Und das darf auch Spaß machen. Aber da machen wir keine Witze. Da wird einfach nur gearbeitet. Und wir dürfen Freude an der Präzision haben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber hier wird kein Quatsch gemacht mit der Waffe in der Hand. Quatsch können wir natürlich machen. Das ist auch gut für unseren Geist. Aber das machen wir halt hinten beim Aufmunitionieren. Oder in der Pause. Ja, sehr gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut. Gut. Dann hätten wir unser erstes Video quasi hinter uns. Na dann. Und können uns frisch und fröhlich ins Getümmel stürzen. Wir gucken, dass wir euch das in regelmäßigen Abständen präsentieren. Es wird eine längere Serie werden. Ich glaube, unsere längste bisher auf Epic. Aber die wird es auf jeden Fall wert sein. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß jetzt damit. Viel Freude. Und ich hoffe, dass ihr was lernt dabei. Was mitnehmen könnt. Ja, in diesem Sinne. Denkt auch daran, einmal in die Videobeschreibung zu schauen. Am Ende und am Anfang des Videos auch. Da haben wir die Sponsoren, die diese Serie unterstützen. Damit wir das überhaupt möglich machen können, dass ihr die auch unterstützt. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nexttorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics, We are Special Brands, Helicon Text, Rican Company, Horner Arms, 1MOA, MD Textile, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolio. Ich habe es eingestellt. Untertitelung des ZDF, 2020